Hallo, ich bin der Paul Guschelbauer. Ich mache heuer zum siebten Mal beim Red Bull X-Albs mit. Ich habe bis jetzt das XC Tracer Mini immer als Backup verwendet. Heuer werde ich das erste Mal XC Tracer Max 2 verwenden, weil ich einfach die Präzision und Genauigkeit auch von der visuellen Darstellung extrem mag. Ich finde das Projekt richtig cool und freue mich auf das X-Albs mit Mixed Tracer.